Ja, hallo Leute, hier ist wieder der Lower Coach, Lower the Law of Attraction, das Gesetz der Anziehung. Was du mit deinen Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen aussendest, das bekommst du zurück. Wie du in den Wald rufst, du schaltest zurück. Was du siehst, das wirst du ernten. Erkenne dich selbst in deiner persönlichen Realität. Ich mache es heute ganz kurz, ich wiederhole mich nur dreimal. Solange du den Zusammenhang nicht wahrnimmst und nicht akzeptierst zwischen deinen eigenen Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen, die du frei gewählt hast und deinen Erfahrungen, die du machst, mit deinem Körper und mit deiner Umwelt, solange wirst du keine Kontrolle über deine Erfahrungen bekommen. Nochmal, solange du nicht deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen mit deinen Erfahrungen zusammenbringst und dich selbst erkennst in deinen Erfahrungen, wirst du keine Kontrolle über dein Leben erreichen. Und noch einmal, deine eigenen frei gewählten Gedanken und Gefühle und deine persönlichen Lebenserfahrungen passen immer zusammen, solange du das nicht erkennst und nicht akzeptierst, dass deine eigenen Gedanken und Gefühle und Überzeugungen die Matrix für deine eigenen Erfahrungen, Lebenserfahrungen sind, solange du deine eigenen Gedanken, Gefühle und Überzeugungen nicht als Ursprung siehst für deine zwischenmenschlichen Beziehungen, für deinen Zustand deines Körpers, für dein Erleben, solange du diesen Zusammenhang nicht akzeptierst und bewusst damit arbeitest, wirst du keine Kontrolle über dein Leben erreichen. Du wirst wie ein Spielball durch deine Umwelteinflüsse hin und her geworfen werden. Du wirst einmal sagen, ja der hat mir das angetan und der hat mir das egal. Und der ist schuld und die Politik ist schuld und die Viren sind schuld und alles Mögliche. Du wirst immer ständig irgendwelche Schuldigen im Außen suchen, solange du nicht erkennst und Verantwortung übernimmst für deine eigenen Gedanken, Gefühle und Überzeugungen für deine Bewusstseinsinhalte. Deine Bewusstseinsinhalte gestalten deine Erfahrungen. Deine Bewusstseinsinhalte kannst du jederzeit ändern. Ich als Lower Coach helfe dir gerne dabei, deine Bewusstseinsinhalte zu verändern, damit du dein Leben mehr und mehr in den Griff bekommst. Melde dich bei mir. Ich coache dich gerne. Ciao. Ciao. Ciao.